er ist ja so ist so hallo und willkommen zurück zu Let's Play Vario World ja im letzten mal haben wir unser Lieblingslevel abgeschlossen und ja in diesem Part wollen wir die zwei in das zweite Level der dritten Welt ja dritten Welt inzwischen wow und schauen wir doch mal ob das nicht so nervig wird Valhalla Rankenkletterei ok bin sehr gespannt Affen natürlich Affen Hi na es geht bei euch ok wir haben schon mal einen Schatz da oben höre ich einen Zwerg was mach ich mir diese Pflanze? kann ich die aufschieben? ne 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 irgendwie aufmachen zack ja das geht au warum schießt sich solche dinger raus was zum geier gibt mir mal so affen und dann geht's los hier da will die andere Richtung Moment, so. Da oben habe ich nämlich was in Leuchten gesehen. Jawohl. Yeah, nice. Komm ich da. Ah, ich gehe auch einfacher. Wollen wir es auch so ein Fchen hier und dann geht es los. Schauen wir doch mal. Zack, 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 zack. Wupp, 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 wupp. Da. Es ist echt ein Smart Move, aber es hat noch funktioniert. Okay. Zwerg, du nervst. So ein bisschen hoch. Ah, ja, schauen wir jetzt mal da rein. Blablabla. Äh, okay. Okay. Jetzt kommen wir jetzt mal hier die zwei. Zack, zack. Nein. Das war blöd. Moment, gab es gleich so. Zack. Bist du schon da ran gekommen, oder? Bist du ein Eis. Du scheiß Zwerg, du nervst. Blablabla ist mir scheißegal, was du mir jetzt hältst eigentlich. Gibt es hier noch, was ich höre, nix mehr, ne? Aber es gibt schon Geld eigentlich, ne? Wenn ich ehrlich bin. Die meisten kriege ich eh nicht mehr, als ich ich kann. Rar, rar, rar. Ne, ich dachte, das war's. Also, das ist nicht an... Das ist Duft, den ich bekommen kann. Das war's gut. Komm, da gibt's nix mehr. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn, so kumpte Vögel? Ich fliege jetzt mal gegen die Wand, das ist schön. Ja, und du sollst auch umdrehen, danke. Na komm her. Ems. Aha, hier haben wir also einen roten Schalter. Wusch. Haben wir Geld. Hier gibt's ja weiter nix. Wuhu. Da waren wir schon da oben. Da hab ich nicht noch hier. Jawohl. Na komm mal her. Komm mal her, Kollege. Achso, ich muss ja erst... Dummheit. Dummheit. Ja, dann komm mal her. Du willst sterben? Das können wir einrichten. So. Jetzt hier hoch. Nochmal. Zack. Wupp, 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 wupp. Und Schüpp. Schüpps. Tschüss, natürlich. So. So. Oh, das war zum Glück gerettet. Was ist denn, wenn ich hier oben weiter noch hochklettere? bestimmt weiter schauen wir doch mal was hat ihr denn verrochen was zum geier ihr seid komische mit darunter mal was klar sind wir mal so ein häppchen hier brems kam hier so ist neid an der richtung jawohl so jetzt noch mal da hoch jawohl das komische zwerg befreit er nervt ja 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 ist mir egal wir haben noch ein schalter ok roten schalter haben jetzt schon gepusht der war rechts glaube ich ne immer mal los zum affen äh solle ja zack 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 wämm 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 so jetzt geht er noch mal da rechts wusch wusch und wusch das ist liebe dinge ich konnte auch so über die hahn gibt mir den schatz thank you hier an mich schon irgendwie so und jetzt gehen wir mal weiter hoch da links waren wir auch schon das heißt ich kann jetzt hier wo wo kamerab die zähne ihr könnt auch angreifen werden interessant ja gewicht sagt dass die komische das war extrem seltsam war wämm 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 !! Hier gab's aber nada communion AAU ho seventeen, dasliche Gläuern zu hacerlo und sein AAAAAAAAAAAAH da ich dich jetzt mal treffen wäre schön ach so der oben ist ein gesicht ja wo schießt du das hin barrio genau so kann ich mir umdrehen zack okay nochmal wario bitte hallo verarsch mich halt auch mehr doch ist dein eigenes schick so hat danke ist das denn jetzt ich glaube eigentlich darunter na ehrlich gesagt ob es hier nichts gibt genau wie hier zum beispiel 1 secret level schon verstanden ist das ding quasi okay ich springe erst auf das ding drauf jetzt bringen wir da runter habe ich gehört sowas funktioniert schön das war schön das kann doch nicht sein dass das so funktioniert wo sie ewig hat bis das ding darunter kommen dann zeig mal her so ich soll also hier schauen wir mal naja das geht tatsächlich so dann ist der noch ist hier als ich ursprünglich gedacht hätte hey ich habe mir wieder schwerer gemacht als ich es eigentlich hätte machen so thank you hallo ab na was geht oder bären oder was solltet ihr darstellen ich weiß es nicht so wusch jay jetzt haben wir schon zwei schalter akquiriert haben wir noch nicht viel schätze geholt da ist noch eine schatzturig haben wir uns mit geld jetzt haben wir mir das geld bringt ich weiß es immer noch nicht irgendwas wird schon bringen wahrscheinlich am ende wieder schloss wieso war ihr spiel und jetzt höchst du mal auf danke zack 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 ich weiß wie ein knoblau what the hell so und jetzt gebe ich hier hoch jawohl nein really boah ey jetzt kommt wieder erst die die ganze zeit jetzt sind glücklich nervig oder so da vorne war ein knoblau das ist meine rettung so jetzt warte ich noch mal ab hier sag zack oh das war close gib mir den knoblau du komischer typ ist das knoblau aufkommt machst dein Hirn auf und dann schießt du knoblau raus das klingt genauso blöd wie es ist gib mir dein ganz knoblau danke du wirst doch irgendwie nicht teurer warum was bist du denn was bist du denn hallo möchtest du dich jetzt aufheben hallo alter ich werde man geht doch und jetzt gibt stress hier hallo sag mal du bam bam was passiert hier gerade was passiert hier gerade okay What the fuck? What the fuck? Yay. Okay. Alter, ihr Viecher. Genervt. Schieß mich mal ab. Gib mir mal den Ball. Gib mir den Ball. So, und jetzt geht's Stress hier. Bämst, 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 bämst. Und du, ne? Hältst jetzt die Klappe, Mann! So, jetzt reicht's mir mit euch. Meine Phrasing. Gib mir mein Knoblauch. Ja, komm, friss. Meine Münzen. Danke. Friss die Welt. Bämst. Dann geht's mich wieder voll. EZ. Natalie. Hallo. 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 Danke. Okay, ich würde sagen, das machen wir dann noch in dem Park. Und dann muss ich auch schon wieder in den Park bänden. So, wunderschön. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Zum Geier. Komm runter. Komm her. Komm her. Dreckswieger. Komm her. Au. Ja, Mario, what are you doing? Was? 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 Was war das denn? Und? Jetzt sind glücklich nervig, diese Vieche. Wir bestürmen, what the hell? Also, die muss ich ja wieder so machen. Hallo? Das war nicht sonderlich gut, aber gut. Passt schon. So, da habt ihr einen Schatz. Das ist schön. Da habt ihr bestimmt schon irgendwo einen Schatz übersehen. Muss ich wieder mal zum Level zurückgehen? Das ist ja nichts Neues. Hallo, ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, beende ich jetzt wieder den heutigen Partner. Denn es ist schon wieder vorbei. Und, ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Das ist es.